Yo, mein Lieben, zum Schauwau! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir mal ein bisschen Minecraft Sky Boss und zwar mit dem Lebenspark of Legends Hallo Mann, jetzt hab ich voll die Pink-Schwierigkeit No, no way Hello, darkness, my old friend No, 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 no Nein, sie hat auch Eier gehabt Was? No Okay, Leute Wir bauen jetzt ein bisschen Dias ab Wie man, oh, ich wär fast runtergefallen Achtung, der kommt rüber zu dir, der ist full Dias Mann, ey Alter, was war das denn wieder für ein Move von mir? Ich nimm mal das Zauberer-Kit Das Zauberer-Kit, Alter Ich nimm mal das Star-Kit Das ist was Neues Weil ich nix anderes habe Schön, dass ich schon so viele Kisten hatte Ach ja, stimmt Du bist auch einer von diesen Abwackern, die halt einfach nur die ganze Zeit haben die Kisten abbauen, damit du den Team-Man-Camp bekommt Super So ist das Leben So ist das Leben Oben ist doch noch eine Hey, da Hey, wo ist die? Wo, 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 wo? Die ist hier Hier ist die Da Heil mich Zum Glück hat Zum Glück hat er keinen Team-Mate Oh, erst mal craften Öl, die wollten ja auf den Gemütze Erst mal was? Oh, lol Ja, moin Er überlebt mit einem halben Herd Erst mal kiss davon, ey, direkt Übrigens habe ich jetzt das MLG-Kit Das MLG-Kit, nice Aber MLGs gehen ja gar nicht mehr Man wird ja einfach zurückgepackt Ja, doch, doch, doch Also TNT nicht, aber MLG-Boot bleibt Boah, wann wir das machen Ja, Mann Nein! Ich schaffst das Was machst du? Warte, warte, warte Was machst du denn? Also du musst erst mal Druckplatz platzieren Überbrauch keine Druckplätze Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Nein! Ey, ich hab dich Nein! Nein! Kann doch nicht sein! Jetzt kannst du abstauben, wenn du rübergehst Komm, behal dich Ah Ja Was? Loll Was? Loll What the fuck? Was? Was ich gar nicht so haben will Senk dich das Ja, du hast sie sowieso schon Ja Oh, ein Brustpanzer, ey Göttlich Färfstauben Mach jetzt zu spät Okay, da hängt einer rum Ich hoffe mal, der hat keine Eier Blöcke Warte Hello darkness my old friend I've come to Oh, du lebst nur Ne, doch nicht Ne, mehr unten amal ne Das war's da wieder Ne, ne, ne Hello darkness my old friend Das war's da wieder Das kann doch nicht sein, dass ich aufnehme und nie eine gute Runde schaffe Er ist ein Ami Warte mal Er ist ein Er ist ein Nebel Er ist ein Nebel Nix Nebel Nix Okay, du bist Das geht doch in Ordnung für dieses Mal Boah, ich bin jetzt Ich hab dir übrigens hier ein bisschen Scheiße hingelegt, ne Okay, ja, ich mach mir grad eine Diabrust Die Diahose Ja, okay Schuhe Ja, ist ja gut Ich lebe es wieder auf Dann, dann, dann mach ich Dann mach ich uns beiden noch zwei Diashwerte Boah Was machst du da? Weißt du, wenn die uns hier runterkicken, dann haben wir ein Problem Ich kann mir nicht runterkicken, die haben ja alle ihre Eier verschwendet Okay, okay, okay Wollen wir angreifen? Oh, richtig traurig wie er da stirbt Oh, es tut mir so leid ... Hello, darkness my old friend ... Okay... Okay, weit, will ? Dad, okay Apfel for the win crucified Und ... DE-DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD IRAETIHRAENSHMANSHIOREENSHARCHREENSHSE madre Is my alles was realiziert Er hat einfach eine Haarspfote Ja läuftad Melanie Adges Adges warum werếnse nicht an Ich habe things Ich haborous habisi BE auraffen Ich hab Enderperle, soll ich hingehen? Ja, okay. Du gehst mit der Enderperle hin und ich komm nach. Ich bin runtergefallen! Nein! Was? Wieso bist du runtergefallen? Ich hab auf deine Unterstützung gehochen! Ja, ich bin auch ganz schön scheiße. Alles klar! Ja, warte. Ich hab Mitleid mit dir. Komm, komm. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Oh, das hab ich richtig gut gemacht. Komm doch, komm doch, komm doch. Ich bin da. Wow, ich hatte den Sprung fast nicht geschafft. Nein, die gehen weg. Nein, nein, nein. Nein, das darf ich nicht zulassen. Oh nein, ich kann, ich kann ein Glas nicht so schnell abbauen. Alles klar! Die haben sich Deckel gegriffen. Das wäre der bessere Spieler. Oh Gott. Nein, ich hab meine Enderperle verworfen! Oh mein Gott. Warum, Alter? Ich hab die Beine gekillt! Er sitzt tot. Ich geh jetzt mal in seine Sicht. Oh, hier ist einer! Oh, leil! Los! Leil das nicht! Leil das nicht! Nein! Und mit dem Ende dieser Runde, Leute, würde ich einfach sagen, das soll es für mich schon gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt mir mit einer Bewertung. Schaut bei den Lieblings-Spark of Legends vorbei. Link in der Beschreibung, in der Endcard und in der Infocard oder irgendwo, nirgendwo. Ich weiß nicht. Also würde ich aber sagen, haut rein! Macht's gut! Und tschau! Tschüss! Tschüss!